Rettung, Läufer! Das mach ich's gut, das mach ich gern! Barbie! Wir sind sicher, dass wir die Gäste so nach ihm warten! Sich ins Gammel-Eschwech-Dekwabinnen! Oh Gott, meine Stimme gehört nicht mehr hin! Du musst sie finden! Aber gut, das ist nicht so richtig! Oh Gott, ich will das kennen, wie der mit mir spricht mit so einer sexy... ...häh, Stimme... ...er... ...oh, hier! Ach, das! ...butter! ...butter! ...eh, du! ...eh, du! ...ja, komm! ...doch! ...doch! ...eh, du! ...eh, du! Komm! Komm mit! Ich, ich hab, ich hab Kekse! Ja, Kekse! Nur für dich! Kekse! Kekse! Du musst sie mögen! Jeder mag meine Kekse! So! Mach mal Hund! 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 Sag mal, sag mal hier! Kekse! Ey, du! Ey, du Wichser! Ey, du! Ey, du Wichser! Ey, du! Ey, du Wichser! Wichser, komm mit! Ja, komm! Ja, da ist was! Komm mit, du Wichser! Move, move! Move, du Muschi! Move! B! Okay! Ey, jetzt ist Hacknian gesagt! Heilspiel-Tack! Heilspiel-Tack! Boah! 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 Komm schon! Spiel dran! Das wird ein Spiel dran! Ey, du! Ja, du! Komm mal mit! Ich hab da wen gesehen! So ne alte Muschi! Die möchte ja alle klauen! Ja, da bin ich mir sicher! Ne, dein Fragezeichen hilft uns da auch nicht! Aber, ich sag dir! Die Muschi, die wurden wirklich geschütet von uns! Boah! Boah! So verarscht, ey! So verarscht! Ey, du! Ich bin besser als du! Okay! 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 Jetzt! Jetzt! Hoch hier! Agentenskill! Oh Gott! Agentenskill! Und! Hop! Agentenskill! Und! Hop! Agentenskill! Ich! 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 Ich muss da hoch! Ich will da hoch! Ich! Agentenskill! toujours ist minhaheit! Oh! Tataaata! Scheiße! Komm schon! Agentenskill! Das ist so ein Millimeter Schirm! Ich sag dir das schaffen wir heute noch! Ach! Fick! Fick die Henne bis sie Wund ist! Ich komme vão über das Schworden! Und ja wie mich! Die wollen mich auch dann nicht barein bringen! Oh komm da drüben! Ich hab da Sushi gefunden! Du machst da Sushi друзья? Du bist doch China, Mann, ne? Ja, Sushi, Sushi schon. Ja, mhm. Oh Gott, ich bin so ein Rassist. So, rüber da. Und hoch. Äh, Speedrans. Ich ranze hier mit Speed. Ich bin der Speedrans. Okay, komm los. Hundchen. Oh Gott, da muss ich, da muss ich hin. Nee, komm Hundchen, verpiss dich. Ich muss hier rollen, bis die tode Taube wieder da ist. So, und Patsch. Und, boah, fuck. Patsch, scheiße. Okay, Patsch, Patsch. Uh, direkt geht's. Uh, 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 ich geb's ihm. Wee. Okay, geht's hier lang? Oh Gott, oh Gott. Oh, Tidee. Oh Gott, Typ. Oh, Tidee. Äh, da, 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 da. Äh, das ist ja hier mental, äh, total Perversion. Ja, komm mit. Ich, ich bin Hund, kannst mich essen. Da bin ich sicher, das schmeckt gut. Ich bin mal in Sesamkörnen gebadet. Ich kann nur gut schmecken. So, jetzt hoch. Und links lang. Okay, was ist hier? Oh, da, 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 das ist, das ist Job für Superhund. Oder? Warte mal. Ah, lauf! Super. Oh Gott. Superhund. Miau! Ich hab die Katze gesehen. Komm mit. Die Jungen wollen's. Die Teilen wollen's denn. Ich mach ein bisschen Salz drauf. Und so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Balsamico. Ich sag dir, das schmeckt. Ey, du, du auch. Komm. Verschmelze zu eins. Schade. Ich dachte, ihr mögt mich. Oh Gott, ihr seid so geirrl. Ich mag euch auch. Bye-bye. Ich hab die Katze noch nicht gesehen. Ich hab euch angelogen. Ich mag euch ja auch nicht. Aber hey, Leute, ich bin wieder da. Ich komm wieder da. Ich bin wieder. Wir sind immer noch nicht da. Okay, Bobby, komm los. No, no, Bobby. Hoch, hoch, hoch. Meeen. Oh Gott. Bobby, du bist, du bist so eine, so eine Tunte. Hey, wie soll ich denn da reinkommen? Sag mir dit mal, ey. Dit ist nicht okay. Dit ist doch schon tierausnutzen hier, oder? Ey, dat geht nicht. Wie soll man da rankommen? Was soll denn dat hier werden? Oh. Ups. Oh Gott, ist dat schnell. Oh, diese, dieses Geos. Boots. Bat. Ey, beide. Alter, dat is ja, ey. Da pisst man sich ja ein. Verfreude. Oh, ich bin. Äh, hat sich jetzt irgendwas verändert? Ich glaub nicht. Na ja, Tag. Ciao. Ciao. Find ich auch so. Hoch. Und was ist da oben? Nix. Nix ist da. Nix da ist nur Tod, Verderben und, äh. Ein paar betrunken Typen, nö. Komm mal zurück, bitte. Sobald ich nicht alle CDs, solange ich nicht alle CDs hab, ist dat hier noch nicht vorbei. Dat is klar. Und wenn ich dafür sterbe, dann mach ich dat halt. Und, ja. Dann is dat halt so passiert. Hoch hier. Rüber. 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 Super. Super. Super Technik. Okay. 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 Ey. Oh. Oh Gott. Ey. Pff. Nee. Du siehst mich nicht. Oh, das sind die drei Leute gleichzeitig. Stichfu. Ich hab gesagt, nö, komm, geht mal zusammen. Ihr seid doch so ein süßes Pärchen. Oh Gott. Wie komm ich da ran? Einmal hier direkt zurücklaufen hier. Nee. 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 Raus. Raus. Beil. Beil. Beil sie. Oh Gott. Oh Gott. Wuff. Ich mag Hühnchen. Komm mit. Ich bin der Hühnchen. Er ist ne Hund. Komm mit. Äh. Ja. Ihr seid meine größte Fans. Ich weiß. Also, wer hier mitkommt, kriegt Autogramm. Oh ja. Wuff. 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 Und jetzt schnell. Schnell, Babi. Die zwei rennen uns weg. Hier. Huch. Oh Gott. Die letzte. Äh. Die vorletzte CD. Jetzt runter hier. Runter rennen. Rennen du, du alter Schabrack. Das geht doch nicht. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Ich guck mal schnell, was da unten ist. Dann wissen wir auch, was hier abgeht. Ey du. Wer ist eigentlich da? Da ist so ein Typ. Ich bell den Mal hier zusammen. Ey du Arsch. Ey. Komm mit. Ich trage dich, wo ich deine Mutter gefickt hab. Komm. Komm. Ey. Yo. Komm. Oh ja. Mh. Lecker. So. 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 Jetzt. 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 Bellisch den rüber. Ey du. Ich bin ein Rebell. Ich belle Rean. Deswegen nennt man mich Rebell. Der Rebelliöse. Komm mit. Ich hab dir was zu zeigen. Doch. Ich bin doch nicht verarscht. So. Dann hoch. Denn. 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 Oh Gott. Da. Ne. Da muss. Da muss ich ja vorbei. Yo. So. Jetzt. Hündchen. Guck mal. Okay. Wuff wuff. Komm mit. Ja. Komm. Mach's mal hin. Wir haben hier ne Sternzenjagd für dich Zeit. Wir wollen auch mal was anderes heute noch machen. Hoch da. Hm. Okay. Hoch. Oh Gott. So ne Skills. Ich bin so amazed. So. Jetzt hier runter. Ja. Äh. Warte mal. Da warte. So. Christian Bell. Bitte mal kurz da hoch rein. Äh. Christian Bell. Christian Bell. Was soll das? Bell. Super. Das hat dich aber auch lange genug gebraucht hier ne? Äh. Das ist unmöglich mit diesen Hunden. Neuzutale Qualitätsrund ist kaum noch zu finden. Kannst du alles nur noch kochen. So. Rüber. Und den hoch. Super. Und. Und. Oh Gott. Oh Gott. Gleich sind wir am Ende des Levels. Äh. Wir haben so genailt. Nailed it. Jacks Style und so. Jacks Style und so. Jacks Films. Muss man kennen. Wer das nicht kennt. Der kann. Der kann. Der kann vieles. Vielleicht sogar besser als ich. Ja du. Äh. Ich bin auch nur da um dich zu verarschen. Oh nein. Ficken. Soll ich die ganze Scheiße nochmal machen. Komm. Geh weg du. Du hässlich Schwogel. Ach. Wupp. Komm. Hack. Hack die Kacke. Hack die Kacke klein. Hack sie. Oh. Hack sie. Fuck sie. Clock sie. Ja komm. Komm. Ey du. Ey du. Hund. Ey. Ey du. Ey du. Ey du. Ey du. Ey du. Ja komm mit. Ich hab schrappige Augen. Das macht mich süß. Deswegen darf ich dich auch anbelgen. So. Ja ist okay. Ist okay. Sei doch mal nicht so dramatisch. Du Arsch. Du. Sei nicht so dramatisch. Ey. Ey. Dein Kollege da. Der hat deine Mutter. Der hat deine Mutter böse Sachen gemacht. Böse Sachen. Sowas wie. Ey du. 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 Hässlich. Du. Hm. Also ich hab dann auch gleich gesagt. Ey das ist nicht okay. Der hat aber nicht auf mich gehört. So. Denn runter. Denn. Und. Wieder einmal abheben. Und. Wieder einmal abheben. Und. Bitte einmal. Abheben. Wie es aussieht. Kann nun. Diese Späue nicht. Christian Bell. Komm schon. Komm schon. Christian Bell. Christian Bell. Super Christian Bell. Da kriegst du den Leckerli später. Und. Ritt. Rappsatab. Rappsatab. Sopzatab. Ficken. Und. Rappsatab. Und. Sopzatab. Ist das. Zifff. Zifff. Buh. Wat. Dat geht doch nicht. At. At. Ficken. Komm schon. Letzte Chance. Oh. Boah. Oi. Ich hab das Manier failed. Oh. Können wir einfach nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Ob. Und. Boah. Meine Zierfischkalt. Ey. Dat is ja. Ey. Dat Ding. Dat womisch dat trauen. Ey. Wie der Janotrulli. So. So. Danke. Jetzt müssen wir aber nochmal. Ey du. Christian Bell wird den Job übernehmen. Ich hab gesagt. Christian Bell wird den Job übernehmen. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das geht doch nicht. Ey, ich nehme dich nie wieder mit zur Schiene, ey. Das ist ja unübsitzschlimm hier mit dir, Christian Bell. Okay, hoch, hoch. Ich habe gesagt hoch. Okay, Wami hat vergessen, wenn man hoch geht. Ich verjesse hier auch gleich mal was. Das ist dann aber nicht so toll für ihn. So. Oh, naja, immer Gentleman-like bleiben, ne? Sagen sie alle und dann haben sie einen Schwanze noch was. So, komm mit. Ach, da war die CD. Die habe ich gesucht. Dann kommen wir hier hoch. Bitt, Bitt. Und ab in die Boots. Darüber, ja. Rote Kisten sind sowieso der Teufel. Der Teufel sind die. Ich sag dir, die sind alle, aber nicht gut. Nicht gut für die Gesundheit von Kindern. Ott. Okay. Wursthund, mach's für Ottava. Und ne Stadt in Amerika. Und die endet alles in Amerika mit A. Außer sehr viele Wörter. Die nicht. Ey, 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 du. Du musst mitkommen. So, und es gibt sich gleich dritter Weltkrieg. Und bitte einmal kombinieren. Nein, super. Ich lieb euch. Ihr seid super in Genomsteilen. So. 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 Jetzt Barbie. Räh. Mit deinem langen Bein. Oh. Lalalala. Okay. Christian Bell. Es ist wieder dein Job. Bell. Bell. Bis sie endlich aufhören zu existieren. Komm mit. Und. Ich. Oh. Das geht ja auch so. Das ist auch mal eine gute, ähm. Erkenntnis. Okay. Ey, du. Was hab ich gesagt? Du bleibst hier. Du bleibst hier. Das ist nicht okay, einfach so einen armen Hund zu ignorieren. Hunde haben auch Gefühle. Sagen Leute, die Hunde haben. Ich kann davon nicht schreien. Ich hab bis jetzt zuerst so ein, zwei, drei, vier, fünf Hunde in meinem Leben gesehen. Die schienen dann alle sehr glücklich zu sein. Und ja. Bööö. Scheißhecken. Echt? Hack Hack. Ich. Ich bin die Fleischhexe. Ich hack hack. Anstatt Hex, Hex. So, dann hol ich den mal an. Määau. Komm mit. Ja, ich hab mir Heimliss. Das will ich dir erzählen. Ich bäh nochmal und dann kann ich schon mal loswenden. Denn, denn, hier. Ey, du. Ja, die Heimliss ist in Wirklichkeit da drüben. Ich verspreche es dir diesmal. Diesmal verarsche ich dich nicht. Ne? Hier. Hier. Hier drin ist das Geheimnis. Hier. Boah. Du hast mir geglaubt. Du Arsch. Du Arsch. Du. Bist du ein Arsch. Du hast mir geglaubt. So. Und. Guck mal hier. Ob da noch was ist. Nö. Das ist einfach nur da, um Leute da reinzubringen. Um zu verarschen und so. Und. Guck, ob es sicher ist. Et ist sicher. Wir haben et geschafft, Leute. Freiheit. Freiheit ist das Einzige, das zählt. Du hast es geschafft. Dein Passwort lautet. HBBBKPEN. Weiter mit Start. Ähm. Wir haben ein Geheimnis. Wenn wir etwas für dich möchtest, du jetzt ansehen. Ja. Das Outfit 4, ey. Wir werden immer stylischer. Ey, das ist langsam nicht mehr auszuhalten hier. Aber halt muss weitergehen auf der Weltreise. Nein, ich möchte nicht beenden. Nur weil ich B drücke, heißt das nicht, dass ich beenden möchte. Kamilla, wie die kreiserlichen Schmarrack gestehen? Barbie muss die Gäuble Stadt durchqueren, um den Los zu finden. Ohne Scheiß. Die Typen haben Alien-Technologie. Egal. Ich werde jetzt hier durchrennen. Mir ist das scheißegal. Ich möchte keine Collections mehr. Wenn die alle so gut sind wie die letzten, dann habe ich sowieso hier noch von diesem Spiel. Ey, ey du, du professionell aussehender Typ. Komm mal mit. Ich habe da drüben so eine Oschi gefunden. Ey du, ey du, das ist deine Oschi. Mit denen wirst du jetzt heiraten. So. Dann. Guck mal hier nach Hund. Ey, super. Ob. So, dann machen wir hier mal kurz eine Scouting-Tour. Musst wissen, Hund ist auch Talentscout. Ey, ich kriege hier ungewollt die ganzen CDs. Das ist doch nicht okay. Ich gucke ja nicht mal hin und ich kriege alles. Ich bin einfach der Mega-Skiller. Ich versuche ja nicht mal. Und ich bin einfach zu gut. So. Äh, Bobby? Oh, bleib mal da sicher stehen und so. Oh Gott, hier mit Bobby durchrennen. Das wäre Selbstmord. Die Olli kann ja kaum ein Ei aufmachen. Was soll sie denn hier drin tun, ey? Die wird sich doch selbst da hängen. Okay. Das Einzige, was hier noch wird, ist Rennen und Stirb. Okay, da ist noch eine CD. Und dann jetzt hier so. Hack, hack. Oop. Oh. Oh. Okay, jetzt müsste ich noch das nächste Teil. Hack, hack. Oh, fuck. Hack, hack. Und hack, hack. Zugang. So. Schraute weg, mein lieber Schrauterer. So, schraute weg, mein lieber Schrauterer. Ist hier denn irgendwas? Nee. Okay, dann. Uff, uff. Komm mit. Komm mit. Da drüben, da drüben. Die Amis kommen. Die Amis kommen. Und die Deutschen. Die Deutschen und die Amis. Kannst du dir das vorstellen? So. Die, die Jute und Alte, ey du, die Amis-Kunft-Technik, die ist immer funktional und so. Okay, gut. Mach mal so, checky, checky, chan-lubi, runter, haha, skill, hack, hack, und rüber, und durch, und drüber, und runter, und in. Die, 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 die sind, okay, okay, so, okay, Hund, oh Gott, so gut, okay, boah, so, ey, alle CDs bekommen, ich hab' noch nicht mal versucht, die zu bekommen, du hast dich geschafft, colours in lautet, hopp, 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 hopp. Blblblblbl heimgebäude Batada Yo R.H. 3 Wieso nicht? Warum heißt der R.H.? Ich möchte den R grad nennen Super, ich hab es bis zum Planast Geschafft Die Wachen dürfen mich auf keinem vorsehen Das habt ihr auch schon Die letzten 20 Leute gesagt Und? Hat's da interessiert? Nö, hat's nicht Warum jetzt? Komm, erzähl's mir Warum sollt ich jetzt drauf achten? Also ich schweine hier Der Edgar, der klebt sowieso alles Hier, guck Der macht einfach Hup Und ich hab CDs Kostenlos Ohne was dafür zu bezauern Und da soll ich noch Raubkopien machen Wie seh ich denn aus? Ich hab bessere zu tun mit meinem Leben Ich meine Das ist ja nicht okay Was die hier mit der armen Barbie machen Was ist doch hier Kinder vergeben